Herzlich Willkommen, Nils, denk dich mal wieder, ist es mir egal, egal, ist es mir egal, egal, ist es mir egal, egal, was ist denn sonst, was ist denn sonst, Luca, was ist denn sonst? Es ist Nils, Niko hat ja The Forest, ne? Das ist jetzt Quatsch. Habe ich heute bei ihm gesehen, ich habe so, was? Was muss das sein? Ich finde, wir sollten nochmal einen Feldversuch starten, ey, ich habe richtig Bock, so eine Base zu bauen und dann erklären wir Niko das Spiel ein bisschen. Ich weiß ja noch letzte Mal, ne, Timo? Ja, das Problem ist, ich denke immer zu groß, das ist einfach so. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, also für die, die es nicht kennen, bei The Forest kann man vorher, man kann, es gibt so einen Planmodus und da kannst du dann die Sache hinstellen. Was ist denn, ich stehe mir ernst. Du kannst dann so die Gebäude da hinstellen und die sind dann so halb durchsichtig und funktionieren nicht, weil man die noch zu fertig bauen muss. Und dann wird unten rechts angezeigt, wie viele Holzstämme man braucht. So, und Jan ist dann meistens, hat die Aufgabe, Holzstämme zu besorgen. So, jetzt wird Nils gebannt. Was hat der denn gemacht? So, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, dass Timo langweilig ist, was ja auch stimmt. Ach, ich bin gar nicht in seiner Restverluste. Und warum werden die in den Channel Laber-Ecke 2 gebannt? So, auf jeden Fall, wenn ich dann fertig bin mit dem Planen, haben wir wie viele Holzstämme, Jan? Ich glaube, wir hatten 200 noch was. Das Ding ist, Timo hat nur geplant und ich musste nur Holz fahren. Fuck. Ja, aber dafür hat man nicht ja in so einem Projekt. Das ist jetzt gemein. Nein, aber das wird Bock machen, glaub mir. Jan, nicht mal. Gut, das ist nicht nett. Marcel macht auch mit. Oder geht's bei dir gar nicht? Marcel in seinem Laptop schafft es nicht. Ich habe mit Marcel schon The Force gespielt. Aber relativ scheiße. Also es macht keinen Spaß, sagst du, wenn du mitspielst dann? Warte, bis ich meinen PC habe. War neu. Dauert zu lange. Ja, wenn, wenn Timo sein Kumpel da in Gang kriegt. Ja, den sollte ich ja fragen, aber das dauert wahrscheinlich noch, weil, da soll mal in Gang kommen, dass ich halt, ne, mal zu ihm fahren kann. Das ist 12 mal 8. 80 plus 16. Habt ihr Danny wenigstens besucht da oben? Der ist immer noch da. Ich glaube, ich gehe dir gleich mal besuchen. Ey, Leute, ich höre die ganze Zeit. Ja, dann kannst du gleich da oben leiden. Ich bin mal wieder da, nicht immer noch. Ja, du kannst ihn ja mal besuchen, komm, wir zählen nicht wieder runter. Nico, mach das. Ich mach das, versprochen. Und, hast du schon den PC zusammengestellt? Ja. Mit mir in der Aufnahme, du auch. Handy aus, in der Aufnahme. Achso, Timo hat immer das Nokia. Handy ist gar nicht an. Timo hat das Nokia, alles klar. Ja, oder wie hast du es mal genannt, was mega hat vibriert? Es, alter Junge, nur weil du keine Eier hast, was? Hey, Bruder, wenn du Eier hast, wenn du keine Eier hast. So, nie. Was? Bruder, wenn du Eier hast. Also, ich kaufe mir ein Handy. So, ich bin nicht auf Marken fixiert, sondern ich gucke, wenn ich ein Handy brauche, gucke ich auf den Markt, welches ist das Handy, was am besten zu mir passt. So, und das nehme ich dann. Egal von welcher Firma, das ist Hauptsache, es stimmt. Aber, Timo, Junge, wen willst du hier ficken? Genau. Ich werde auch immer asozial. Umso länger ich mit euch hier irgendwas mache, um es schlimmer wird. Wir sind schon wieder schulden. Wer sonst? Immer die anderen, weißt du? Immer auf die kleinen Fettsäcke im TSD nicht schwimmen. Mit Bart. Die nicht schwimmen können? Gut schlafen. Das ist sehr wichtig, dass sie nicht schwimmen können. Ich bin der Aufnehmen, ich sag ihr, was los ist. Lock dich da aus. Ich kann gar nicht pennen. Doch. Jetzt. Nee, schlafen wir jetzt oder nicht? Das ist wieder bei Nico, ey. Da müsst ihr euch so vorstellen, wenn Nico auf dem Schreibtisch liegen, ungefähr. Der hätte mir ein Bild geschickt. Gerade sind es nur vier. Also, ja, okay, vier Wasserflaschen und zwei Orangensaft-Tetra-Bucks. Oh, der Rekord war schon, also der letzte Tisch war voll mit... Anderthalb-Pisten, also... Mit Kla... Äh, Dings. Wer pennt denn jetzt nicht? Ja, wer pennt denn jetzt nicht? Ach, zum Beispiel. Mann, Jan. Jan. Fick, der macht uns selber. Schau mal, ob er pennt oder nicht. Vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich auf dem anderen Teams liege, so, wo ich neu bin. Ich liege. Und die das das erste Mal so hören, wenn ich meine Flaschen zur Seite schiebe. Wer liegt denn jetzt nicht? Dann denken die alle, ich werde es nicht liegen. Mann, Jan, Alter. Wer liegt nicht? Jan! Nico nicht liegen. Ich will gerne mal wissen, wer das ist. Ey, Leute. Wer schnauzt sich hier durch? Wer von euch hat's von mir und dann mein Haus eingreift, oder? Ja, ich bin nicht... Okay, Jan lacht schon. Ich find's mir liegen. Jan, du kriegst jetzt so lang Schläge von mir, bis du ein Herz hast und mir sagst, wo die sind. Ja, und dann fliegt Jan in die Luft und fängt an zu brennen. Ja, dann stirbt er... Dann stirbt er, alle seine Items sind weg und dann haben wir das irgendwie letztens. Nö. Wo ist Jan? Jan ist das Geheule wieder groß. Ja. Nee, bei Jan ist das Geschrei. Ja, bei mir ist das Geheule und bei Jan ist das Geschrei. Ja, Geschrei... Kurzes Geschrei ist besser als langes Geheule, sag ich mal, ne? Naja, aber auch nicht Ewigkeiten haben. Welche ist schon der... NAH! Alter, Digga, lass es! Nicht Ewigkeiten, also dein Geheule war schon ziemlich hart. Ich hab dir einschlagen, ich hab dir einschlagen, ich hab dir zwei schlägt. Ich hab dir zwei schlägt, ich muss eigentlich... Digga, lass mal ein. Digga. Soll ich ihn nochmal schlagen? Soll ich ihn nochmal schlagen? Soll ich ihn nochmal schlagen? Jetzt... Kommst du aus dem Ghetto, oder was ist mit dir los? Ja, der kommt aus dem Ghetto. Dann halt sowas wie Digga oder so. Aber Digga ist noch nicht unbedingt echt im Ghetto. Hä, warum? Was du mal für Assoziationen hast. Du musst bedenken. Bei der Straße, wo er jetzt ist, ne? Da laufen nur Jans rum. Und dann kannst du dir schon denken, warum er so ist, wie er ist. Ja. Hä? Digga hat zerfasst. Jan hat doch gar nichts gesagt in der Richtung. Wieder gegen Jan. Ja, aber guck dir Jan an. Was meinst du denn? Guck Jan an. Guck ihn einfach an. Jan, ich glaub, die mögen dich nicht. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Ich weiß ja nicht, wie du liebst. Wissen. Wirst du noch früher oder später verstehen. Warte, lachst du da, Fettsack? Oh, Alter. Leute, ganz ruhig hier, die Eskalation, okay? Guck mal mich da rum. Ganz ruhig hier. Guck mal mich da rum. Der Kleintchen. Der Kleintchen. Hauptsache, 12-Jährige muckt auf. 12-Jährige, muck mich ja auf und so. Er ist ja nicht der 12-Jährige. Er hat mit Limousine bei dir zu Hause vorbei. Bleibenbleiben. Alter, das ist anstrengend, so ein Scheißdach zu bauen. Ich glaub, ich bin wirklich der Kleinste, oder? Jan ist größer als ich und der Rest ja auch. Ja, eben, also du bist der Kleinste, du Spitz. Ja. Ist er auch vom Kopf her der Kleinste. Nee, das bist du. Ja. Mit Abstand. Und wer ist mit Abstand der Spitzeste? Ich hab Spitzkopf. Nee, du bist ein Chineser. Du nennst mich Spitzkopf. Bestimmt, jetzt ist er ein Chineser. Ja, ich... Boah, yo, Timo. Alles klar. Junge. Was denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja, Alter. Hört, man hört, man hört nur so. Timo mutet sich. Und manchmal hör ich so. Als wenn er grad so, was weiß ich, ein Baby aus seinem Mund gepürt. Oh, weh, Mann. Da war richtig Cochonis hinter. Cochonis? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee. Sagt zu uns, weil du sind voll die Schweine. Das ist der Richtige, ne? Die Polizei kommt. Boah, Alter, ich brauch' n... Oh. Oh, oh, oh. Ich muss mein... Ich muss das Flugmodul mal reinbauen. Bauer doch mal das Flugmodul wieder rein. Dann kannst du flogen. Ja, nein, also Steuerungsmodul. Dann kann ich so in der Luft schweben. Echt jetzt? Alter, cool. Aber ich kenn... Ich kenn auch n anderes Jetpack, das heißt Game Mode 1, sondern... Kann man auch... Das kenn ich auch übrigens, das ist... Voll praktisch. Ah, ich kenn das nicht. Ich... Bin auch kompletter Minecraft New. Ja. Hat dich jemand noch deine Meinung gefragt? Was? Nein, ich halt die Klappe. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja. Ja. Ja, besser so. Ja, besser so. Ja, besser. Danke Marcel. Juuu. Fettisch. Fettisch. Fettisch wie ne Fettisch. Von dem kleinen Pimpf, ey. Pimpf. Du nützt mich spitz, komm. Jan, ey. Aber guck mal. Äh, Nils. Ja. 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 Weil Marcelo wahrscheinlich, äh, größer als jetzt nicht. Kein kleiner Pimpf ist. Also weißt du, dass du ein kleiner Pimpf bist, Marcel... äh, Jan? Es war ein kleiner Pimpf. Ich hab ein kleiner Pimpf. Wie ist denn das Problem, euch? Also jetzt kann ich dich auch nicht mehr ernst. Ja. Du nützt mich schon mal kurz. Der Kleinst aus dem Channel, also bin ich wohl hier der Kleine. Ich bin mal kurz weg, solange bis nichts fertig ist, ne? Jop, ich auch. Und ich laber jetzt noch sinnlos weiter, dass Timo noch weiter weg bleibt. Also Leute, Thema, was ihr alle drüber arbeiten wollt. Halt dein Maul. Halt dein Maul. So bin wir da. Perfect. Ich hab euch mal vom... Vielen Dank. Ja, und das war's wieder mit einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Sehen. Das waren gerade mal 10 Minuten. Ne, es ist jetzt noch nicht vorbei. Ich sag, wenn's vorbei ist, ja? Ich hab' gerade überlegt, ob ich mit dem Danny sprechen soll.